Was darf's denn sein? Einmal Schoko-Pistazie. Schoko-Pistazie? Und Mango-Erdbeer. Mango und Erdbeer. Mit Kirsch und noch einmal Schoko. Bitteschön. Eine Studie der Yes-Forschung hat gezeigt, dass ganz bestimmten Menschen mehr in der Tasche bleibt. Ganz schön viel mehr. Und zwar deshalb. Sagen auch Sie, Yes zu Österreichs günstigster Wertkarte. Jetzt alle Startersets zum halben Preis und mit doppeltem Startguthaben.